so meine lieben gerade noch hier hinter dem hügel in harabia bewegen wir uns jetzt auf gerade an der höchsten stelle von taqa das umzäunte das sind die uralten gräber dieses hier und das dorf fängt hinten in der ecke an und verläuft verläuft dann hier so quer über den berg ich weiß dann ob es nach unten auch noch welche gibt da bin ich mir nicht sicher auf jeden fall von dem häusen da was ihr seht da handwerkt auch gerade jemand da hoch schwenkt hier bin ich jetzt stehen geblieben hier sind auch noch zwei häuser aufgebaut ich weiß nicht von wem aber wunderschön hier ist ein haus hier ist ein zweites haus und hier ist dann da bin ich wieder bei 360 grad ein pass auf dem kopf ja meine lieben das ist taqa unde taqa tashira taqi baule arabia neziki bajare mediyade da sind auch noch bestimmt 20, 30 Kilometer. Und mit dem Blick wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag. Ciao!